Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Starfield. Darf ich an seinen Privatcomputer? Oh ja, Aufzeichnung Ankunft. Gestern begann meine Amtszeit als Botschafter von Haus Varun in den United Colonies. Ich kam voller Hoffnung an, überzeugt, dass die Eröffnung unserer neuen Botschaft zeigen würde, dass wir unsere blutige Vergangenheit hinter uns gelassen haben. Doch wir waren kaum eine Stunde in New Atlantis gewesen, als mir klargemacht wurde, welche Schwierigkeiten auf mich warten. Auf dem kurzen Fußweg vom Raumhafen zur Botschaft wurden wir auf den Straßen von zahlreichen Fremden misstrauisch oder feindselig beäugt. Ich fürchte, es wird kein leichtes werden, diese Leute von ihrer Meinung abzubringen. Sie werden die Fehltritte von Haus Varun nicht so bald vergessen. Es ist mein innigster Wunsch, dass diese Botschaft als Emblem einer friedlichen Zukunft angesehen wird, frei von den Makeln der Vorurteile und der Gewalt. Ich werde alles tun, um dieses Ziel bestmöglich zu vertreten, ganz gleich, welcher Widerstand mir entgegenschlägt. Ich befinde mich zwar in einem fremden Land, doch ich weiß, die große Schlange wird uns bei unserer Unternehmung zum Erfolg führen. Aufzeichnung 2 Und fordern die sofortige Schließung der Botschaft. Meine Versuche, ein Gespräch mit ihnen zu beginnen, erwiesen sich als fruchtlos. Die meisten weigerten sich, mit mir zu sprechen, und die wenigen, die dazu bereit waren, weigerten sich, zu glauben, dass wir in New Atlantis rein friedliche Absichten verfolgen. Schließlich mussten die Wachen der Botschaft eingreifen und mich zurück ins Gebäude bringen, als sich der Zorn der Menge in Gestalt von Drohungen gegen mein Wohlergehen bahnbrach. Ich beabsichtige, diesen Vorfall mit meinen Pendants von den United Colonies zu besprechen. Pendant Ihre Hilfe ist unverzichtbar, wenn unsere Bemühungen fruchten sollen. Doch ich fürchte, es wird nicht bei diesem einen Vorfall bleiben. Aufzeichnung 3 Mein Frust wird mit jedem Tag größer. Große Schlange, womit habe ich diese Verachtung verdient? Kürzlich ist Sia Mavan in meine Botschaft eingetroffen, Besuch eine Priesterin von solch hohem Rang zu empfangen. Noch dazu eine Gravida, um Gespräche mit den United Colonies zu führen. Ich war außer mir vor Freude. Eine solche Geste von Hauswarun konnte nur bedeuten, dass all jene, die bisher an unserer Arbeit gezweifelt hatten, nun endlich ihren Sinn und Zweck erkannt hatten. Doch offenbar wurde ich getäuscht. Sias erklärte Mission und ihre tatsächlichen Absichten stimmen offenkundig nicht überein. Sie hatte jede Gelegenheit abgelehnt, mit Vertretern der United Colonies zu sprechen. Stattdessen betont sie unaufhörlich, dass wir eben jene Diplomaten überwachen sollten, deren Vertrauen ich durch monatelange Mühen gewonnen habe. Sie ist gefangen in unserer alten Gedankenwelt. Sie kann nicht erkennen, was wir hier in Wahrheit tun. Die Zukunft von Hauswarun sichern. Die Verluste des Kreuzzugs der Schlange waren unermesslich. Allein durch die Diplomatie lässt sich das Überleben von Hauswarun sicherstellen. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass Sia das erkennt. Zum Glück bietet mir das heutige Abendessen die perfekte Gelegenheit dazu. Unser UC-Gastgeber, der stellvertretende Diplomat Roland, ist besonnen, vernünftig, fast möchte ich sagen mitfühlend. Eine Seltenheit unter den UC, meiner Erfahrung nach. Wenn Sia mit ihm einen offenen Armen entgegentritt, würde er sie als Kameradin akzeptieren. Davon bin ich überzeugt. Große Schlange, bitte lass es so kommen. Aufzeichnung 4, Abendessen Große Schlange, stellst du meinen Glauben auf die Probe? Möchtest du die Tiefen meiner Loyalität ausloten? Warum sonst solltest du ein solch spektakuläres Desaster zulassen? Das Abendessen bei Stellvertreter Roland fing vielversprechend an. Angenehm, gar gewiss, es gab spitze Anfragen, welche Absichten Hauswarun hegt. Doch im Allgemeinen wurde ein höflicher Anstand gewahrt. Als jedoch einer von Rolands etwas lauteren Gästen, ein Offizier, der dem Chandra wohl etwas zu stark zugesprochen hatte, plötzlich fragte, wie können wir euch Schlangen vertrauen nach allem, was ihr getan habt? Da glaubte ich, die Gravida sei am Ende ihrer Geduld angelangt. Es waren nur Worte gewesen, doch Worte sind das Schlachtfeld, auf dem die Diplomatie ausgetragen wird. Und ich erkannte zu spät, dass Sia nicht gewillt war, diese Salve zu ignorieren. Als das Dessert serviert wurde, entschuldigte Sia sich. Wir warteten auf ihre Rückkehr und warteten und warteten. Als ich schließlich erkannte, dass die Gravida schlicht gegangen war, verabschiede ich mich höflich und eilte zur Botschaft. Dort fand ich sie vor, wie sie gerade ihre Sachen packte. Als ich sie fragte, wohin sie zu reisen gedenke, sagte sie nur, ich habe gesehen, was ich sehen musste. Und sie ging ohne ein weiteres Wort. Ich bin mit meinen Kontakten in Dasra in Verbindung getreten. Sie versichern mir, dass sie noch immer an die Unternehmung glauben, dass Jarek Varun selbst noch glaubt. Und das reicht mir als Zusicherung völlig aus. Aufzeichnung 5 Prüfung des Glaubens Meine letzten Mitarbeiter sind heute abgereist. Unsere Botschaft ist nun geschlossen. Die Anführer von Haus Varun haben sämtliche Kommunikation mit den United Colonies eingestellt. Unsere eigenen Befehle von Dasra waren nicht viel besser. Sie bestanden nur aus zwei Wörtern. Kommt zurück. Es wurde kein Grund angegeben, warum wir unseren Posten aufgeben. Warum wir unsere Sache aufgeben. Doch ich erkenne eine Glaubensprüfung, wenn ich sie sehe. Ich diene Haus Varun. Eine simple Interpretation dieser Tatsache würde bedeuten, dass ich alle Befehle befolge. Doch unsere Arbeit hier ist wichtiger, größer. Allein können wir nicht überleben. Wenn andere sich weigern, das zu erkennen, dann sei es so. So stehe ich hier also und warte auf den Tag, an dem sie alle die Wahrheit erkennen und zurückkehren. Aufzeichnung 6. Ich habe seit Monaten nichts von meinen Leuten gehört. Ich habe mehrfach versucht, sie zu kontaktieren. Bin jedoch unsicher, ob meine Nachrichten Dasra überhaupt erreichen. Ich hatte daher viel Zeit zum Nachdenken. Warum erlaubt man uns, hierher zu kommen und uns um einen fernen Stern herum eine neue Heimat aufzubauen, nur um dann beim ersten kleinen Widerstand unsere Rückkehr zu fordern? Wegen einer Beleidigung im Suff? Nicht einmal Siar hat am Hof derart viel Einfluss. Nein, hier ist etwas Größeres im Gange. Dass das Personal zurückgerufen wurde, lag nicht an dem Zwischenfall mit der Gravi da. Es hat sich etwas verändert. Doch wenn ich bleibe, erfahre ich womöglich nie, was es ist. Nur die Zeit wird es zeigen. Aufzeichnung 7. Spione Mein letzter Eintrag liegt schon eine ganze Weile zurück. Heute konnte ich mal ein wenig bewegen. Das war schön. Ein Spion der United Colonies hat sich in die Botschaft geschlichen. Als ich kurz vor Morgengrauen gerade mein Gebet beenden wollte, hörte ich ein merkwürdiges Summen. Zunächst dachte ich, mein Gehör habe sich endgültig verabschiedet. Doch dann wurde mir klar, was es war. Der Aufzug fuhr nach unten. Da ich davon ausging, dass ungebetene Gäste nur Schlechtes bedeuten konnten, schlich ich mich nach oben und verbarg mich zwischen den Ästen des Giftbaums. Wie ein Gargäuel auf einer Brüstung beobachtete ich den jungen Mann dabei, wie er vorsichtig durch die Äste des Baumes schlich, den ich so mühsam kultiviert und gepflegt habe. Der Bursche war ganz offensichtlich fürchterlich verängstigt. Einmal knackte ein Zweig, als er vorbeiging. Und ich schwöre, der Knabe sprang einen halben Meter in die Luft, bevor er begriff, dass er nichts zu befürchten hatte. Ich war entsetzt, dass der bloße Gedanke an Haus Warun noch immer solche Furcht auslösen kann, wodurch der Kreuzzug der Schlange schon so lange beendet ist. Es wäre amüsant gewesen, hätte es mich nicht schmerzlich an mein eigenes Scheitern erinnert. So gingen wir uns gut zwei Stunden lang gegenseitig aus dem Weg. Es war eine willkommene Abwechslung von der ewig gleichen Routine, die in meinem Leben Einzug gehalten hat. Irgendwann gab er schließlich auf und kehrte zum Aufzug zurück und ich zu meiner Meditation. Wenn ich nun jedoch daran zurückdenke, ist der Zweck dieses Besuchs eine einzige Enttäuschung. Der Bursche war kein Diplomat, kein nachbarschaftliches Klopfen an die Tür. Er war ein Spion. Er ist in eine Stätte eingebrochen, in die keine gewöhnliche Seele einbrechen kann. Sie halten mich wohl für tot, was? Aufzeichnung 8 Eine überraschende Nachricht Es ist passiert. Die Nachricht war kurz. Eine einfache Bitte um Informationen zur aktuellen Lage in New Atlantis. Er füllte mich aber dennoch mit Erleichterung. Haus Warun hat mich endlich kontaktiert. Ich war bereits gezwungen gewesen, mein Herz auf die Möglichkeit vorzubereiten, dass ich nie wieder von meinem Volk höre. Die heutige Nachricht hat diese Sorge gelindert. Auch wenn Haus Waruns Absichten unklar bleiben, so tröstet mich doch seine Bereitschaft, die Kommunikation wieder aufzunehmen. Ich werte dies hoffnungsvoll als Zeichen dafür, dass Dasra gewillt ist, wieder ernsthaftere Versuche zu unternehmen, mit den United Colonies eine diplomatische Beziehung aufzubauen. Die große Schlange hat meine Gebete endlich erhört. Ich bin fest überzeugt, dass sie an meiner Seite stehen wird, während ich weiter den Interessen von Haus Warun in New Atlantis diene. Möge mein Volk ebenso in ihr himmlisches Licht getaucht werden, wie jene, die wir einst bekämpft haben, auf das endlich eine Ära der Harmonie anbricht. Okay, so habe ich ihn auch eingeschätzt als korrekten Dude. Er hat mir auch geholfen. Ich sollte nur sagen, dass es für gute Zwecke verwendet wird und davon bin ich überzeugt. Ich hoffe, es wird für gute Zwecke eingesetzt. Wir werden das erleben. Komm ich jetzt hier am besten raus. Mit einer Schnellreise, würde ich sagen. Zack. Ja, dann mal schnell hin wie uns. Cool, wir haben alle zur Kooperation bewogen, ohne irgendwelche... irgendwelches shady Business zu machen. Das ist doch sehr gut. Ach, der Aufzug, der Aufzug, der Gott verdammt. Was sagst du zur Antwort der UC auf die Terror-Morph-Angriffe? Zieht ihr mich da? Okay. Hallo. Hier war der Gauna. Ich habe Belmore das Leben gerettet. Und ja, ich habe seinen Koop. Du hast ihn gerettet? Ihr Vengard-Leute nehmt das mit Supra et Ultra wirklich sehr ernst, was? Gut gemacht. Also dann, ich habe bereits alles mit den Archivwärtern arrangiert. Wenn du dort eintriffst, wird die Wärterin der UC dir erklären, wie du die Codes einsetzt. Folge den Anweisungen aufs Wort. Hier. Der Code-Teil der UC und eine Archivzugangskarte. Der Eingang ist am gleichen Platz wie das Mast-Gebäude. Direkt gegenüber. Und natürlich benimmst du dich da unten. Ja? Ich soll es machen. Verdammt. Ich darf nur einmal. Dann verkacke ich es doch. Ich hoffe nicht. Das kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Warum kommt die Hadrian nicht mit? Die kann das doch machen. Ich bin doch kein Archivar. Die geben mir alle so extrem hartere Aufgaben. Das ist nie wahnsinnig. Ich habe wieder recht viel Schmudde dabei. Das ist ja ein Geschäft irgendwo. Das ist ja ein Geschäft irgendwo. Armistice-Archivs. Das ist ja ein Geschäft. Und das ist ja ein Geschäft. Das ist ja ein Geschäft. Und ich hoffe nicht, dass wir sicher sein. Okay, okay, ich soll den Code einführen, ab geht's. Das wäre halt schon interessant, zu erfahren, was da noch so an verstecktem Wissen ist. Die anderen sind ja eh verschlossen. Okay, da konnte ich nichts falsch machen. Danke, Leute. Ich sehe von jedem eine... Ach ja, hier ist ein Freestar. Wir sind die UC-Leute. Gut, und die Wachun, die sind ja nicht mehr da. Immerhin ist die Botschaft noch da, das ist ja schon mal gut, sonst hätten wir keine Chance gehabt, an die Informationen zu kommen. Aber es ging doch alles glatt über die Bühne. Mal gucken, was Hadrian dazu sagt, dass wir erfolgreich waren, wenn ich sie denn sprechen dürfe. Ich kann doch eigentlich auch oben ins Mest-Ding reingehen. Ach, da hinten ist der Arzt. Bei dem muss ich dann nochmal mir die Packs holen. Können wir die genug haben? Nein, mir ist nicht zu helfen. Du bist oft da draußen, oder? Im Weltall? Dann werde bloß... Da bist du ja. Captain, die Vizeministerin hat mir alles erzählt. Beeindruckend. Captain, bitte übertrage die Dokumente an Major Sarnon. Sie und ich haben die weiteren Schritte bereits besprochen. Es wird Zeit, dass wir eindeutige Antworten erhalten und herausfinden, ob wir auch die richtigen Fragen stellen. Wenn du dann soweit bist. Ich habe jemandem etwas versprochen. Werden diese Daten wirklich nur für gute Zwecke verwendet? Ich? Ja. Werden sie? Percival und ich haben genug angerichtet. Das hier ist... ein Versuch, das wieder gut zu machen. Soviel also zu den Daten. Wir haben bereits diskutiert, wo genau unsere Forschung stattfinden soll. Das Hauptquartier der Red Devils auf dem Mars, wo du Percival gefunden hast, bietet sich an. Da gibt es bereits die nötigen Geräte und Sicherheitssysteme. Es klang aber so, als hätte die Vizeministerin erst noch ein paar Sachen mit dir zu besprechen. In der Tat. Und zu oberst auf der Tagesordnung steht deine Einbürgerung. Dann sehen wir uns wohl auf dem Mars. Captain, bitte folge mir. Uh, werde ich schon Mitglied? Ich meine, ich habe gezeigt, dass ich diplomatisches Geschick verfüge. Musste die andere nett hinterher gehen? Das hat niemand geglaubt, dass ich das geschafft. Nicht mal ihren Assistent hat es geglaubt. Das ist wohl die Abkürzung, um UC-Bürger zu nennen. Burger. Gehen sie wieder unter freien Himmel zur Nennung? Wie als ich meinen Schwur leisten musste für die Vanguard. In Ordnung, Captain. Bist du bereit, Bürger der United Colonies zu werden? Das bedeutet aber nicht, dass ich keine andere Staatsbürgerschaft haben kann, oder? In der Tat. Uns ist egal, welche anderen Staatsbürgerschaften du bereits hast oder noch erhältst. Ah, cool. Sobald du dir dieses Recht verdient hast, bleibt es dir erhalten. Ich bin bereit. Sehr gut. Wir haben noch mehr zu besprechen. Also bekommst du die kurze Version. Bitte erhebe deine Hand. Captain, durch deine Taten heute und in den vergangenen Tagen hast du dir deinen Platz in den United Colonies verdient. Durch deinen Dienst, deinen Mut, deine Stärke und deinen Einsatz für das Allgemeinwohl. Wirst du diese Werte auch in Zukunft aufrechterhalten? Das werde ich. Dann verleihe ich dir hiermit die vollwertige Staatsbürgerschaft der United Colonies. Hier, dein offizieller Pass und dein Einbürgerungsgeld. Wir haben außerdem das Immobilienbüro Aphelion informiert, dass du zum Erwerb von Immobilien berechtigt bist. Also, dann kommen wir nun zum nächsten Thema. Ein Mitglied der UC hat um ein Gespräch mit dir gebeten. Die Position dieser Person ist etwas kompliziert. Normalerweise käme das nicht in Frage. Aber diese Person hat möglicherweise Informationen, die bei unserem Terror Morph-Problem sehr nützlich werden könnten. Und die will sie nur mit dir teilen und hat namentlich um dich gebeten. Du musst mir also versichern, dass alles, was du gleich siehst, strengster Geheimhaltung unterliegt. Niemand darf davon erfahren. Nimmst du diese Bedingung an? Namentlich? Von wem redest du da? Tut mir leid. Aber mehr kann ich dir ohne deine Zustimmung nicht verraten. Ja, ich bin neugierig. Ich will es wissen. Ich werde das Geheimnis mit ins Grab nehmen. Hoffentlich wird es dazu nicht kommen. Begib dich zum Aufzug. Dein Ziel ist unter Sektion 7. Ich sorge dafür, dass du die Freigabe hast, bis du dort ankommst. Ich bin jetzt neugierig. Ich muss unbedingt wissen, was jemanden amtlich nach Space Captain Benner verlangt hat. Space Baron. Und UC Burger jetzt. Ich bin eingebürgert. Ich kann mir jetzt ein Häuschen kaufen. Unter Sektion 7. Wer wartet denn hier auf mich? Ich darf es auf jeden Fall nicht den Medien sagen. Oh, ist das wirklich ne gute Idee? Ja, ich muss leveln. Den könnte ich da... ...in den mittleren eins... Ne, Quatsch. Könnte ich gar nicht. Ich bin nur... In den könnte ich ihn einsetzen. Und dann bräuchte ich noch... Da könnte ich ihn aber auch einsetzen. Mit den drei würde ich das Innerste aufkriegen. Okay, dann sind die mal weg. Nee, Mist. Okay. 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 Aber dann kriege ich den nicht auf. Kann ich den auch so aufkriegen. So. Und eine Einser. Okay. Dann kann ich den hierfür nehmen. Jetzt habe ich noch den hier übrig. Den hier. Mal so. Das habe ich gerade verwehrt. So. Und dann habe ich noch den unteren und den oberen. Das würde ich so aufkriegen. Hier brauche ich auf jeden Fall einen Einser. Ja. Okay. Zack. Der hier. Ja. So müsste es gehen. Okay. 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 Das ist eine falsche Bewegung. Ja. Ich zahle die Strafe. Du kommst mit. Wir beschlagnahmen alle Schmuggelware und alles Diebesgut in deinem Besitz. Oh nein. Oh nein. Du kommst mit. Na gut, war nicht so schlimm. Was macht man nicht alles, um einen Punkt zu kriegen? Sorry Bro. Du wirst mir fehlen. Jetzt muss ich mich auf Normalsterbliche verlassen. Mein schönes geklautes Zeug. Egal, ich musste ein bisschen was bezahlen. Aber das war eh nur geklaute Scheiß. Ein Medipack, ein DigiD-Trägchen, lauter so ein Müll. Weg damit. Tut mir leid. Das geringe Übel heißt das. Das ist aber nicht sehr vielversprechend. Gut, aber wenn ich dadurch mein Schlossknacken vollkriege... Was habe ich jetzt bezahlt, so ein Tausender oder so? Scheiß drauf. Ich habe niemanden gesehen. Ich habe gedacht, ich wäre sicher da. Vielleicht kann ich jetzt reingehen und wieder klauen. Jetzt ist ja die Tür offen. Aber hier hat er mich gesehen. Ist der da gerade rumgeguckt? Es kann sein, dass der da Streifen gelaufen ist. Und ich habe hier eine halbe Stunde gebraucht. Bis sich das Schloss geknackt hat. Was gab es denn hier drin? Du darfst eintreten. Das ist so freundlich zu mir. Bermärkeberechtigten Zutritt. Zugang wird entregelt. Geh den Korridor entlang. Geh den Korridor. Bitte komm runter zum Intercom. Wir haben etwas zu besprechen. Wer ist das? Präsidentin Abejo war so freundlich, mir ein paar Akten zukommen zu lassen. Beeindruckend, was du schon alles erreicht hast. Aber jetzt stehst du einem völlig neuen Feind gegenüber. Er ist unsichtbar, lauert in den Schatten. Du wirst jede erdenkliche Hilfe brauchen. Und deshalb wollte ich mit dir sprechen. Weißt du, wer ich bin? Bei all der Sicherheit hier musst du sehr wichtig sein. Oder sehr gefährlich. Scharfsinnig. Sehr gut. Ich bin François Salon. Den meisten bekannt als Verwiktes. Ich war ein Admiral im Koloniekrieg. Einer der großen Schurken, wie es in den Slates heißt. Sollte für meine Verbrechen hingerichtet werden. Aber die letzte Regierung hielt mich für zu wertvoll. Also haben sie mich hier eingesperrt. Ein Opfer auf dem Altar des Friedens. Selbst mein Tod diente den Colonies. Die UC haben deinen Tod also nur vorgetäuscht? Ein letztes Aufbäumen der Führerschaft, die den Koloniekrieg verloren hatte. Der Prozess war echt. Ich stellte mich dem Gericht mit Würde. Aber die Hinrichtung war inszeniert. Die Injektion, alles andere als tödlich. Das Kabinett jener Zeit wollte nicht auf meine Fähigkeiten als Berater verzichten. Angesichts der Alternative blieb mir kaum eine Wahl als zuzustimmen. Also gab ich meine Freiheit auf, um weiterleben zu können. Das Schicksal eines Soldaten. Ich will irgendwie das sagen, aber das interessiert mich auch. Mein Gott, die UC haben all die Zeit gelogen. Komm schon, Captain. In der Politik der Galaxie hat niemand eine weiße Weste. Wir tun, was zur Selbsterhaltung nötig ist. Aktuell müssen wir dazu einen Weg finden, die United Colonies und andere vor weiteren Terrormorph-Angriffen zu schützen. Und dabei haben du und mein Abkammling Hadrian schon sehr gute Fortschritte gemacht. Ich möchte helfen. Aber ich frage mich, hat sie dir erzählt, was an unserer Familie so besonders ist? Sie hat mir erzählt, dass sie dein Klon ist, ja. Tatsächlich. Sie war schon immer zu vertrauensvoll. Das habe ich ihr nie austreiben können. Unsere Beziehung war schon immer problematisch. Der Major wurde zur Anführerin geboren. Dazu mein Vermächtnis fortzuführen. Sie erhielten nur die feinste Ausbildung und übertraf alle Erwartungen. Aber das Universum setzte all dem ein Ende. Und jetzt hat es euch beiden noch viel wichtigere Arbeit beschert. Und ich glaube, ich habe bei der Aufgabe, die euch bevorsteht, eine Rolle zu spielen. Ich habe nicht jeden Tag die Chance, mit einem Mann einem Fischglas zu plaudern. Red weiter. Nee, erstmal Klonprogramm. Warum kannst du mir mehr über dieses Klonprogramm erzählen? Die United Colonies wollten damit ihr eigenes Erbe schützen. Eine neue Generation großartiger Anführer schaffen. Sie wurden von Gelehrten und Taktikern adoptiert und in den besten wissenschaftlichen und militärischen Akademien der United Colonies ausgebildet. Es war sehr vielversprechend. Aber als der Koloniekrieg endete, war nur noch Adrian übrig geblieben. Doch das ist längst Geschichte. Du hast Dringenderes zu erledigen. Und ich kann dir dabei helfen. Gut, gut. Und wir machen ein kleines Päuschen hier, denn der schwätzt bestimmt noch länger. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Spaß. Tschüss.